Heute was geht ab Leute? Erstmal Pizza zum Frühstück. Das war noch die Kapi Pizza Sucuk von gestern, die ich unnötigerweise gemacht habe. Wir haben auch schon ein paar Kommentare bekommen, dass wir mal mehr zu Pizza machen sollen, weil bisher haben wir eigentlich auch gar nichts zu Pizza gemacht. Beste Pizzeria, schlechteste Pizza Münchens und so, wird auf jeden Fall noch folgen. Die gönne ich mir jetzt und dann. Meinte Chong, er kommt heute irgendwie. Momentan ist es ein bisschen verpeilt bei uns allen. Wir gehen getrennte Wege. War abzusehen, dass das irgendwann passieren wird. Corona Zeit hat uns zusammengeschweißt. Jeder hatte nichts zu tun. Jetzt wieder vermehrt jeder seine eigene Projekte und Regelmäßigkeit ist da nicht mehr wirklich am Start. Zum Glück haben wir die Daily Vlogs. Tag Nummer vier oder fünf. Ich glaube sogar schon fünf. Nicht schlecht. Heute Abend übrigens Boxkampf. Ben Askren, Ex-MMA-Bellator-One-Champ gegen Jake Paul. Influencer, YouTuber, Vine-Star, TikTok-Star, irgendwie sowas. Er hatte ein, zwei Promi gegen andere Promis, so Boxkämpfe und er und sein Bruder Logan Paul hat ja gegen KSI gekämpft. Das waren auch zwei große Kämpfe. Ja und jetzt gibt es so einen Celebrity-Showdown-Kampf. Ihr wisst, ich mein Herz schläge für MMA. Und Ben Askren auch zufällig in Krypto involviert. Postet immer wieder was. Hat einen eigenen Krypto-Podcast. Ist sehr gut befreundet mit John Kim, der von Litecoin eine Menge macht. Also auf jeden Fall Ben Askren. Aber ich bin gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schaut und für wen ihr seid. Wo ist das Teamsteority? Was ist los? Digga, langweil und super. Also Leute, John will immer irgendwelche Videogruppen-Chats starten. Aber keiner geht ran. Schreibt in die Kommentare, ob ihr rangehen würdet. Saftigeswitch da, ey. Saftiger Controller. Saftiger GoPro. Einmal nehmen. Heute haben wir Zwiebeln, Hähnchenkrust, Schlafsahne, bisschen Cheddar-Käse, Spana-Mignano, Mozzarella, Steakhouse, Fritsch. Okay, was soll das hier werden? Keine Ahnung, ich habe Lust auf Pommes. Und dann machen wir so richtig eine geile Käsesahnesoße obendrauf. Und dann mit guten Krust noch ein bisschen. Und dann mit deinem Essen. Deluxe! Okay, okay, okay. Wir sind live. So, warte, wir müssen die Kamera ziehen. John schmeißt heute die Show. Ich muss noch das Video hochladen. Erstmal bearbeiten und schneiden. So ist das, wenn man wieder daily vloggt. Jeden Tag ein Video. Aber Nico, der alte Vlogger, hat mich inspiriert. Oh mein Gott, mich auch. Ich werde jetzt auch Vlogger. Oh mein Gott! Nico, was ist da los? Du hast uns alle zum Vlogger wieder inspiriert. Ja, war richtig geil, Mann. Ich habe extra einmal meine Kamera ausgepackt. Ich habe extra einmal meine Kamera ausgepackt. Jetzt tue ich mal so gucken. Das ist wie mit diesen Zähnen und so. Wischen und so. So, wir haben ein bisschen Stream hier noch klasse gemacht. Wir haben jetzt die Tafel, wo immer die Follower drauf kommen. So wie wichtige Streamer. Der Fernseher, wo wir den Streamer in den Chat sehen können. Läuft, läuft, läuft. Läuft, Jungs, läuft. Läuft, Jungs, läuft. Aber es geht nicht. Das machen wir die ganze Zeit. Die Flamme zündet nicht. Wir kriegen den Ofen nicht an, Leute. Es ist ein alter Gasofen. Wir wissen nicht, was da los ist. Ich weiß auch, ob wir das Feuerzeug machen, aber es geht auch mit Feuerzeug nicht. Ich weiß nicht, wo der Gas rauskommt. Nein! Brauchst du nicht. Oder... Ich hab's immer abgemacht, oder? Ich hab's abgedrehen, John. Hä? Du darfst es noch nicht so weit hochdrehen. Nein, eine kleine, oder was? Ja, mach mal auf klein oder auf null sogar. Ja, okay. Nein. Und auf null? Gibt's nicht. Gibt nur eins. Ja, da sieht man dann eine Flamme. Wo? Also wo? Hinten halt. Wie oft denn noch, Mann? Ein bisschen checken wir in den Ofen. Was ist denn los? Das kommt auch nicht mit Feuerzeug. Ich weiß nicht, wo das Gas rauskommt. Ja, da gibt es nicht mit Feuerzeugen. Was ist denn los? Du musst du wieder? Und wir werden eine Flamme für die richtige Gang in der Flamme. Gibt's nicht mit Feuerzeugen. heute geht es sich um ein bisschen weiter. Im St.ungs, der Flamme für die Flamme. Die Flamme, die Flamme, die Flamme für das Gmbad, der Flamme für die Flamme für die Flamme, und die Flamme für das Gmbad. Musik 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 Schon nicht schlecht Aber noch ein bisschen ausbaufähig Also ausbaufähig Soße muss ein bisschen flüssiger sein Ja Dass es so rüber läuft und dass man so tunken kann Und die Sahne rein tunken Das ist ein fetter Käseklumpen geworden Mann Sogar saftig gegessen War echt heftige Portion Jetzt will Chong noch Gaming streamen Super Mario World will er durchzocken Was? So Krasser Stream Leute bisher Alles dabei gewesen Reactions Auf Nikos neues Video Auf alte TBT Videos Gezockt haben wir Super Mario mit Chong Richtig konzentriert Real Talks Alles außer Hot Top Streams hat gefehlt Aber da will ich die Die will ich noch schauen Richtiger Hype für die Wir machen noch Ballet Paradies Wir machen selber was Wir machen neue Hot Top Genau Mit Tati und Ketchup Tati Kocht nur mit Schürzen Was hättest du davon? Hot Kitchen Hot Kitchen Hot Kitchen Tati nur mit Schürzen Kennst du diese muskulösen Wo die muskulösen Körper auf den Schürzen sind Tati nackt oder Koch da Ja was Das wär ins krass Oh ja Lieber Gott Mann Gar Mann Vlog Vlog Ja Nico hat jetzt auch Vlogs Schaut vorbei Nico away man Nico away Seid's dabei Aber richtig away Nochmal Kooperation mit John Banks in Prague Kommt noch Was darfst du denn? Auf diesem Kanal Du musst erstmal Gerichte kaufen Kooperation mit Super Saftig in Wien Für den geilsten Döner in Europa Oder Döner auf der Welt Oder was war das? Ihr werdet es sehen Ein langer Tag Neigt sich dem Ende Wir haben neun Stunden gestreamt Die Jungs wollen ein bisschen Regelmäßigkeit in den Stream bringen Mal schauen ob das so klappt Oder ob das nur leere Worte sind Schauen wir mal Morgen wieder Morgen wieder Sogar YouTube Superster Minli hat mal kurz vorbeigeschaut Das war echt verrückt Wir haben echt alles gemacht Also wenn Min zugeschaut hat Heißt dir schon was glaube ich Aber echt man Auf jeden Fall das war's von uns Leute Schaut's gerne vorbei Im Livestream Twitch ist super saftig Ihr wisst Bescheid Ansonsten folgt uns auf Instagram Wheel of Steel könnt ihr auch folgen Nico away Oh mein Gott away Kauft euch Bitcoin DeFi Ihr wisst Bescheid Das war's von mir Puh Something Unless You To 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 To